mono red prison, moon stompy, eight moon oder wie auch immer dieses deck jetzt aktuell genannt wird früher war es mal dragon stompy wir schauen uns dieses deck mal an und ich zeige euch warum dieses deck aktuell eins meiner absoluten lieblings decks ist bevor wir beginnen einmal ein kurzer hinweis ich habe patron ich habe youtube membership wenn ihr mich unterstützen wollt könnt ihr das gerne gerne tun wie diese coolen leute die ihr gerade seht auch die mich monatlich monetär unterstützen dank denen ist halt sowas wie deck tags für mich möglich weil ich die karten halt besorgen muss weil ich die karten auf turnieren spiele und kein deck euch vorstelle dass ich nicht vorher mindestens in einem turnier gespielt habe denn ich möchte euch eine meinung zu dem deck sagen können aber keine sorge wenn ihr mich nicht unterstützen könnt oder nicht wollt ist das vollkommen okay dann würde ich euch darum bitten am ende des videos wenn es euch gefallen hat zu liken zu abonnieren und das leuten so zeigen die vielleicht dieses deck spielen wollen könnten oder die sich vielleicht für dieses deck interessieren denn ich werde anfangen mit dem deck tag und am ende den deck talk machen und beim deck talk werden wir diesmal etwas anders fahren denn dieses deck hat aktuell sehr viele varianten die alle playable sind und ich möchte euch so ein paar sachen und paar entscheidungen paar strategien erzählen und euch auch erklären warum manche karten gespielt werden andere wiederum nicht oder wann welche karte gut ist denn das ist sehr sehr wichtig bei diesem deck kommen wir erst mal zum deck wir beginnen mit der landbase ich spiele aktuell drei snow covered mountains und zwei months das hat die bewandten ist dass ich persönlich persönlich den punkt habe dass menschen in meiner umgebung hin und wieder mal trotzdem predict spielen und predict nun mal wenn ich fünf mountain spiele eine chance von 1 zu 12 hat dass der gegner zwei karten zieht und 1 zu 12 ist mir zu hoch predict ist eine karte die sagt man mit beim gegner eine karte wenn man vorher die karte angesagt hat die er millen wird dann darf man zwei karten ziehen ja wenn man fünf mountain spielt 65 ist die chance 1 zu 12 will ich nicht will ich nicht finde ich doof habe ich damit halbiert ist natürlich etwas worauf man achten muss das sind so mini prozente die ich mitnehme ihr könnt auch wenn ihr fünf schöne mountains hat fünf schöne mountain spielen oder auch sechs aber da kommen wir gleich dann die tolle karte des decks city of traitor aktuell spiele ich vier und die muss man auch leider vier mal spiel man tappt sie für zwei farblose mana und wenn sie ins spiel und wenn ein anderes land ins spiel kommt muss man die city of traders opfern das ist da relevant genauso das zweite soul land das wir spielen ist engine tomb tappen für zwei farblose mana und es fügt dir selbst zwei schadenspunkte zu ähnliches prinzip auch hier recht wichtig dann spiele ich aktuell zwei den of the bugbeer denn auf der bugbeer würde ich wenn ich es im nächsten turnier spiele wahrscheinlich mal austauschen und würde dafür einen mountain und eins von den ländern spielen das ich euch gleich noch zeige denn den of the bugbeer kommt enttap das spiel wenn wir zwei oder weniger andere länder kontrollieren das heißt wenn zwei oder mehr andere länder da sind das heißt wenn es das dritte land ist dass wir spielen kommt es getappt rein ansonsten kommt es enttapt rein wir haben meistens nicht so viele länder dementsprechend passt das schon ganz gut aber der effekt außer dass wir tappen für ein rotes für vier mana der passiert eigentlich nie also so gut wie nie wir haben immer irgendwie selber was zu tun oder blood moon cancelt uns davon das zu tun spoiler wir spielen blood moon und dementsprechend ist es oftmals besser ein nicht wasteland bares land zu haben wie zum beispiel ein mountain oder einen zweiten hiervon und zwar so kenzahn crucible of deviance denn das ist wiederum ein land das wir hin und wieder mal zumindest aktivieren können wenn wir das trappen für ein rotes weil es kommt halt immer enttapten spiel oder wir können es halt für vier mana abwerfen und können zwei 1 1 farbloses spirit token haben mit eile das kann schon relevanter sein weil das passiert öfter wie das es sind dieselben manner kosten und die karte funktioniert unter platten und nicht die karte funktioniert unter platten es gibt noch ein drittes land im bunde das ich getestet habe und für sehr sehr gut befunden habe dass ich aber aktuell in dieser liste nicht spiele denn ich wollte euch die liste zeigen die ich im turnier gespielt habe die änderung sachen und möglichkeiten und so weiter wie gesagt am ende im deck talk aber nicht jetzt beim deck tag so das sind die länder wobei es nicht ganz alle länder sind denn in der theorie haben wir auch noch mdfc's so genannte mdfc's sind karten die auf der einen seite zum beispiel ein zauber oder eine kreatur oder sowas sind in diesem fall zum beispiel shatter skull smashing für zwei rote und x und wir fügen x-schaden blieb ich aufgeteilt an bis zu zwei kreaturen und oder planeswalkern zu wenn x sechs oder mehr ist dann machen wir doppelt so viel schaden wir können das ganze aber auch als land reinkommen lassen zwar auf dieser seite dann müssen wir drei leben bezahlen wenn wir es endtap ins spiel bringen wollen und ansonsten macht das tappen für ein rotes wichtig an dieser stelle wenn wir diese seite spielen unter einem blatt moon macht es uns keine drei schaden weil dann kommt es als land rein und hat keinen effekt dementsprechend ist uns egal und davon haben wir halt nicht nur den shatter skull smashing sondern wir haben auch aktuell als one of man kann auch zwei davon spielen und zwei drei machen oder dann zwei zwei split oder ähnliches sundering eruption die karte ist so gut die kann man auch locker zweimal spielen drei mann aus 3 wir zerstören ein land wichtig es ist ein land es ist nicht ein standard ein nicht standard land also wir können damit basics zerstören und das ist super 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 wichtig für uns dann darf der beherrscher sein deck nach einem basic land durchsuchen und das ins spiel bringen viele decks spielen nicht mehr als ein oder zwei basic land und viele decks fetschen sie sehr 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 schnell raus gegen uns wenn wir dann die möglichkeit haben eins ihrer länder zu zerstören haben sie meistens kein drittes oder viertes basic land dass sie sich raussuchen können und unser blatt moon ist auf einmal richtig gut und dementsprechend sundering eruption kann man wie gesagt auch zwei von spielen ich glaube aktuelle magic online spiele ich auch zwei aber das hier ist sehr sehr nah an der liste drin wo ich mit magic online fünf null liga hingelegt habe fünf nur liegen in magic online sind übrigens großartig mit diesem deck das war sehr befriedigend muss ich sagen sehr befriedigend und ja wie gesagt alles in allem gute karte teilt sich dieselben slots ist auch auf der rückseite ein land das eben für für drei schaden enthabt ins spiel kommt wir kennen das ganze schon wichtig hierbei ist ganz einfach warum wir das spielen warum wir davon auch manchmal fünf spielen also noch eine sundering eruption der zweite zum beispiel zwei davon drei davon oder so ist tatsächlich weil wir auch eine karte drin spielen die uns schneller mana macht und zwar chrome ox ein artefakt das sagt wenn es ins spielfeld kommt imprinten wir eine karte aus unserer hand nicht alle fakt karte nicht land karte und tappen das ding mana gleich der farbe der karte so jetzt muss man überlegen diese karten hier sind auf der frontseite keine länder das heißt wir können sie zum beispiel in den chrome ox reinpacken gleichzeitig sind sie aber auch ein land das wir spielen können wenn wir zum beispiel kein chrome ox haben und deswegen sind die karten sehr gut deswegen möchte man von denen vier bis fünf stück spielen weil wir wollen nicht unsere guten karten in den chrome ox hauen wir wollen lieber karten die vielleicht länder sein könnten in den chrome ox hauen und ja damit eben mana zu machen das plus eben zum beispiel engine tomb macht halt direkt in der ersten runde irgendwie drei mana und drei bis vier mana ist unser ziel früher hat man hier sogar noch lotus petal drin gespielt und so weiter um halt irgendwie wirklich auf diese mana zu kommen weil man brauchte diese mana das hat man heutzutage nicht mehr durch diese mdfc ist es so 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 konstant geworden so wir spielen aber mehr artefakte wie das wir spielen aktuell vier one rings one ring zwei teuerste karte des decks eine sehr ansteigende karte die ganzen modernen leute unter euch werden jetzt anfangen mit warum er hasst uns nein durch one ring ist eine gute karte wenn sie ins spielfeld kommt dann kriegen wir schutz vor allem bis zum nächsten zug wer bekommt sie in versorgungssegment verlieren wir lebenspunkt für jede marke die da drauf ist und wir können die tappen eine marke drauflegen und so viele karten ziehen wieder marken drauf sind sehr 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 mächtiges artefakt wirklich ein gutes artefakt und ich finde er ist auf jeden fall keine pflicht in dem neck aber er ist sehr gut in dem deck es gibt auch substizionen davon dafür ich wiederhole mich die kommen im deck talk nicht im deck deck dementsprechend zeige ich euch was ich gerade aktuell spiele ähnliches prinzip waxing bubble ich spiele aktuell vier waxing bubbles weil bei uns blau unendlich viel einzug gehalten hat wir haben sehr 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 viel blau bei uns in der meter und waxing bubble sorgt halt dafür dass unser zeug nicht gecountert wird und das ist sehr sehr wichtig es gibt auch die möglichkeit an dieser stelle chalice of the void zu spielen die spiele ich nicht aber jetzt muss ich schon wieder sagen begründung dafür im deck talk bitte skippt nicht vor ich zeige euch noch was ich noch spiele aber viele der erklärungen kommen im deck talk waxing bubble ein mana artefakt spieler können keine zauber mehr spielen für die sie keinen mana bezahlen ganz ganz schlechte karte mit trainingssphäre by the way und tappen mit den opfern eine karte ziehen ja wie gesagt sehr sehr gute karte und sehr wichtige karte für dieses deck kommen wir zu den kreaturen die machen den großteil des decks aus und zwar beginnen möchte ich da mit drei sie haben in spirit guides spirit guides ist ein drei mana kreatur die eben wenn sie aus der hand remove wird ein rotes mana macht auch die sehr sehr gut um sie zum beispiel in den chrome ox zu werfen denn wir würden sie eh ab werfen um ein rotes mana zu machen einmal und damit können wir halt immer rotes mana machen also das ist zum beispiel auch sie mit spirit guide eine karte die man sehr sehr gerne in den chrome ox haut so was machen wir mit dem ganzen mana wir geben es aus für gute karten eine gute karte ist fury davon spielen wir vier stück fury ist ein fünf mana 3 3 elementen mit doppel strike das im modern gebannt ist wenn es in spielwerk kommt fügt man vier schaden auf in einer reihenfolge die man möchte an beliebig vielen kreaturen und oder planeswalkern und man kann eine rote karte aus der hand exilen statt die mana kosten zu bezahlen aufpassen wenn ihr das tut werdet wird wexing bubble euch den popo versohlen ähnlich wie ihr versucht wenn ihr versuchten chrome ox in die wexing bubble zu spielen also wenn ihr wexing bubble liegen habt könnt ihr weder chrome ox noch fury spielen es sei denn die zahlt eben fair in square die fünf mana was mit dem deck sehr gut möglich ist 3 3 doppelschlag ist ein cooler bieter soll aber hauptsächlich das fällt aufräumen der nächste bieter den wir haben sind ich liebe diese karte so sehr pyrogolf vier mana x und 1 plus x beziehungs die stärke und wirtschaftskraft dieser karte ist gleich der anzahl an kartentypen die wir im gesamten friedhof haben in allen friedhofen also nicht nur in unserem also im gesamten mega der wird so schnell eine 5 6 oder eine 6 7 das ist wahnsinnig wie schnell der wird so kennt man ist ein normaler tamo golf effekt jetzt haben wir aber den punkt immer wenn pyrogolf oder ein anderer lurgolf ins spielfeld kommt fügt er soviel schaden zu wie er power besitzt irgendein target kreatur planeswalker gesicht vom gegner und wenn ihr einen 4 mana 5 6er habt der dem gegner noch 5 schaden schießt ist das mächtig wenn ihr nächste runde in den zweiten schiebt und auf einmal 10 damage macht weil jeder von denen triggert einzeln das ist insane absolut insane die karte ist absolut insane pyrogolf ist eine der besten karten die ich je gesehen habe also wirklich ebenfalls eine gute karte broadside bombadier ist ein 3 mana 2 2 menace haste goblin pirate der wenn er angreift oder angegriffen hat also sobald er als angreifende kreatur gewählt wird hat er bis zum ende des zuges er kann eine kreatur oder eine artefakt opfern um irgendwohin schadenspunkte in höhe der mana kosten plus 2 zu machen das ist zum beispiel ganz sweet wenn man mit dem angegriffen hat und dann zum beispiel den fury den man evoked hat bevor er mit dem evoke trigger der sagt wenn er damit gespielt wird wird am ende des zuges geopfert dem gegner mit dem broadside ins gesicht geworfen sind sieben damage habe ich schon gemacht das ist mega was ihr auch machen könnt ist wenn ihr zum beispiel zu viele marken auf eurem one ring habt könnt ihr auch den one ring für sechs damage dem gegner ins gesicht werfen auch das ist wirklich mega und was auch manchmal wichtig ist broadside können sich gegenseitig werfen also einer den anderen nicht beide beide das funktioniert nicht aber einer kann den anderen werfen was halt auch nochmal fünf damage sind das heißt ihr werft hiermit mit ihm einen one ring und mit ihm werft ihr den goblin dann habt ihr elf schaden gemacht nachdem ihr mit den angriffen habt was nochmal vier damage sind mega 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 sehr sehr coole karte dazu wir spielen noch weitere goblins spiele ich drei goblin rebel master der ist sehr out of favor gefallen nachdem halt ja pyro golfe so die karte eingenommen hat den platz doch so ein bisschen von ihm eingenommen hat er ist ein drei mann hat zwei zweier der sagt alle anderen goblins müssen angreifen was relevant ist da der broadside bombe der ein goblin ist und wir noch einen anderen goblin im weg haben mit drei mann hat zwei zwei und zu beginn des kampfes kriegt den 1 1 roten goblin und immer wenn der angreift kriegt er plus 1 plus 0 für jeden anderen angreifenden goblin und das kann eine menge werden das ist einfach eine menge schaden die darum kommen können und der kann allein das spiel gewinnen ich habe den schon turn 1 gelegten turn 4 hat er das spiel beendet das passiert das ist mega einfach mega sehr sehr gute karte spielen wir dreimal dann haben wir aktuell zweimal magas of the moon im mainboard magas of the moon ein rotes zwei farblose 2-2 non basic lands armaments also effekt von blood moon mächtige kreatur wirklich mächtige kreatur zwischenzeitlich wurden auch mal sieben also drei davon gespielt beziehungsweise vier davon gespielt aktuell habe ich nur platz für zwei der dritte magas of the moon der siebte moon effekt wurde aus dem deck rausgenommen als ich die one rings reingenommen habe auch da gleich gleich decktok gleich nach mehr denn wir sind noch nicht am ende wir haben auch noch blattmuts vier stück drei manner enchantment non basic lands am mountain dieser effekt ist für uns sehr wichtig deshalb spielen wir sechs stück davon der effekt ist ebenfalls für uns sehr wichtig deswegen spielen wir lieber enchantments als kreaturen weil enchantments wesentlich schwieriger zu removen sind muss man einfach sagen wie es ist und dann haben wir noch vier mal fable of the mirror breaker eine drei manner verzauberung saga die mit einem lore counter ins spiel kommt und danach zu beginn jeder main phase eine marke bekommt im ersten step kriegen wir zwei zwei shaman goblin token der immer wenn er angreift uns ein treasure token macht der ist richtig teuer geworden weil die karte halt es ist eine rare und so viel von dem goblin sind halt nicht im umlauf und er ist teurer wie die original tamo golf mittlerweile das halt einfach dämlich naja im zweiten step können wir eine zwei bis zu zwei karten abwerfen und zwei karten ziehen das ist in dem deck in dem wir nicht sehr viel brainstorm ponder oder deck manipulation haben sehr gut und im dritten step exilen wir das ding und dann kommt es als 2 2 reflection of kiki jiki wieder ins spiel tappen wir kreieren ein token das eine kopie von einer non legendary creature ist sie kriegt eile und wird am ende zu es geopfert wichtig mit zweien davon kann man sich end of turn ganz viele von diesen kiki jiki reflections machen weil ihr immer wieder eine mit dem einen die nächste kopieren könnt und was dann das schöne dabei ist sie werden noch nicht geopfert sie werden nicht geopfert denn sie beginnen werden zu beginn des nächsten end steps geopfert ebenfalls sehr wichtig ihr könnt ein evoke des fury bevor es geopfert wird wie ihr das bei den broadside zum beispiel flingen könnt könnt ihr mit reflection of kiki das auch kopieren die kopierte kreatur wird nicht geopfert direkt sondern darf noch angreifen mit 3 3 doppelschlag mit 6 damage das hart und macht dann aber auch noch mal vier damage auf kreaturen oder planeswalker was mega mächtig ist dazu haben wir natürlich die möglichkeit ganz offensichtlich pyro golfs zu kopieren logischerweise broadside bombe die das habe ich schon angekündigt den zu kopieren mit zwei anzugreifen mit der kopie irgendwas zu werfen mit ihm die kopie werfen macht noch mal fünf damage ist auch sehr cool und natürlich auch nicht zu verachten den goblin rebel master zu kopieren die dann zwei goblin rebel master haben die dann zu beginn des combats zwei goblins machen die dann beide angreifen und beide plus 1 plus 0 für jeden anderen angreifenden goblin kriegen das ist auch eine menge damage also generell wenn die reflection draußen habt ist das sehr gefährlich für euren gegner und normalerweise überlebt sie nicht lang soviel zum mainboard gehen wir ins sideboard im sideboard spiele ich vier graveyard hate karten hier gibt es auch verschiedene möglichkeiten es gibt leute die fairy makabre bevorzugen es gibt leute die das anleisend hörst bevorzugen ich bin bei leyline of the void denn es ist für mich die stabilste quelle die wir haben um in der ersten runde den gegner friedhof auszuhebeln und wir wollen weil wir ohne chalice of the void spielen diese fast combo graveyard decks wie reanimate oder so in schach halten können und das können wir nicht indem wir turn 2 eine anleisend hörst legen oder turn 1 eine anleisend hörst legen wenn der gegner beginnt das geht einfach nicht beziehungsweise nur sehr sehr schwierig das ist auch der grund weshalb ich auch mainboard keine anleisend hörst spiele sondern eben nur vier leylines im sideboard reicht auch wenn wir nicht ehrlich bin reicht es auch und wenn die karte auf der hand vergammelt spiele ich die auch manchmal in den chrome box rein auch das vollkommen fein dann spiele ich drei disruptor flutes diese karte ist insane absolut insane sage ich euch zwei mana artefakt mit flash wenn sie ins spielwerk kommt sagen wir einen kartennamen an aktivierte fähigkeiten dieser karte die keine mana abilities sind können nicht mehr aktiviert werden und karten mit dem namen kosten drei mana mehr und das ist crazy das heißt ihr könnt damit nicht nur so was wie wasteland oder so was wie jace the mind sculpture teferi oder so ausschalten nein ihr macht die karten auch drei mana teurer und das kann zum beispiel wenn ihr gegen gegen storm spielt oder so und ihr sagt tendrils of agony kostet die karte auf einmal sieben mana oder ihr sagt dark ritual und dann hat das dark ritual auf einmal vier mana für drei mana und so ein kram man kann damit auch andere karten ansagen als nur diesen unteren effekt dieses spells kosten drei mana mehr ist in zehn gut und teilweise besser wie der aktivierte fähigkeiten pasus diese karte ist der absolute wahnsinn wirklich absolut deswegen sehr sehr gute karte dann spiele ich zwei firey confluences bei uns wird aktuell nicht so viele artefakte gespielt wenn mehr artefakte wieder gespielt werden dann würde ich wahrscheinlich wieder auf drei firey confluences gehen genauso wird bei uns aktuell wenig irgendwie death in texas oder irgendwas in dieser richtung gespielt sondern wenn irgendwas in der richtung gespielt wird dann eher irgendwie eldrasi und so weiter und da ging es diese karte nicht ganz so stark sie ist aber noch okay aber nicht ganz so stark deswegen spielen wir zweimal davon firey confluences eine vier mana sorcery die sagt man kann drei modus wählen und die kann man auch doppelt oder dreifach wählen aber halt insgesamt nur drei entweder fügen wir der kreatur ein bis drei schaden zu und oder wir fügen bis zu sechs schaden dem gegner zu also zwei vier oder sechs oder wir zerstören eins zwei oder drei artefakte je nachdem wie viel ihr eben von dem anderen modi wählt wird eben weniger mit drei artefakte zerstören können wir keine kreatur mehr schaden fügen und keinem spieler und dementsprechend firey confluences gute karte zerstört paar artefakte macht große massen einen kleinen kreaturen platt ist eine nette karte und kann für vier mana sechs schaden ins gesicht auch manchmal einfach ein finisher sein dann pyroblast bzw red elemental blast ich predige es immer wieder und im letzten video habe ich gesagt irgendwer wird unten die kommentare schreiben es hat keiner in die kommentare geschrieben deswegen verrate ich euch jetzt warum dieser split für mich so wichtig ist pyroblast liegt im friedhof der gegner kann surgical extraction eine karte wo man eine karte aus dem friedhof nimmt und eben alle karten mit dem gleichen namen aus dem deck aus der hand und aus dem friedhof entfernt wenn wir jetzt aber nur pyroblast spielen ist die chance wenn wir eine karte davon haben 100 prozent dass unser gegner mit seinem surgical extraction unseren pyroblast aus der hand nimmt wenn jetzt aber tatsächlich das nicht pyroblast und red elemental blast ist ist die chance auf 50 prozent reduziert ja sie haben verschiedene modis sie haben auch noch verschiedene möglichkeiten also zum beispiel red elemental blast kann man nicht irgendwie dann verändern indem man sagt die karte ist nicht mehr blau pyroblast zum beispiel kann man darauf reagieren und könnte sagen die karte ist jetzt aber grün dann kann man sie nicht mehr zerstören das geht bei red elemental blast nicht aber der split den ich mache also die vor und nachteile pyroblast hat zum beispiel den vorteil man kann ihn immer cast um seine hand leer zu bekommen das zum beispiel im delver sehr wichtig weil man im delver die karte immer spielen möchte damit man irgendwelche trigger bekommt oder man den murktite region größer macht man kann damit einen land targeten es macht nur nichts also das sind so die die vor und nachteile bei den karten den split mache ich tatsächlich wegen surgical extraction und bevor jetzt leute wieder sagen das ist bestimmt so ein mini ding wie bei wie bei den snow covered mountains und mountains das kommt ja gar nicht oft vor doch tut es das hier hat tatsächlich ich predige das jahr und tag und es gab wenig leute mir glaubt haben bis ein kollege von uns in den ersten game auf grand prix bologna 2019 der 2 erst also zweiter tag also schon krass gespielt im ersten match genau das passiert ist und er so happy war dass er auf mich gehört hat und ein one of red elemental blast und one of pyroblast spielt zwei zwei pyroblasts seitdem glaubt auch meine truppe mir das das ist ganz nett dass sie mir das erst glauben nachdem ich ihnen das also nicht ich sondern ein kollege von uns das vorgeführt hat aber deswegen red element blast pyroblast hat wegen surgical extraction diesen split in diesem deck so dann haben wir noch zwei dead and gone dead and gone seht ihr sehr sehr selten online was die bewandt ist hat dass dead and gone gut ist gegen bestimmte arten von decks in diesem fall ist es sehr sehr gut gegen irgendwelche weenie decks zum beispiel al drasi oder es ist eben gut gegen irgendwelche fatty decks sowas wie show and tell sowas wie dark tabs und so weiter und so fort und diese decks sind allesamt aus al drasi nicht ganz so relevant online die leute spielen dann lieber einen zweiten fiery confluence weil man eben sagt hey das einfach besser in dem online meter in dem paper meter halt nicht ich habe online auch keine gespielt ich habe drei fiery confluence und einen weiteren magus of the moon im sideboard gespielt in paper würde ich immer das hier gehen immer weil wir aktuell eben so viele komische decks bei uns rumfliegen haben und ich manchmal einfach ein merktheit bouncen muss ich manchmal einfach irgendwie einen kleinen nether golf abschießen muss oder ich nach irgendwie hingehen muss und muss so ein komisches gargoyle fliegeviech das enter the battlefield effekte negiert zerstören muss und dementsprechend ja dead and gone spiele ich tatsächlich aktuell und gerade da ich kein chalice spiele ist es auch sehr wichtig so dann haben wir noch ein torch breath torch breath ist eine karte wo ich am anfang gedacht habe so bruder was warum sollte ich das spielen und die karte ist insane gut insane gut ein rotes und x wir kann nicht geconert werden wir fügen einer kreatur der planeswalker x damage zu und wenn das permanente blau ist das wir targeten also die kreatur der planeswalker kostet das ding zwei meiner weniger und macht damit automatisch ein rotes 2 damage die nicht geconert werden können wenn man jetzt gegen painter's servant spielt ist das ein geiler removal wenn man gegen delver spielt geile geile karte gegen control gegen tefri und so fort mega karte es sind so viele matchups wo man blaue planeswalker und oder kreaturen abschießen möchte oder karten die zu blauen karten werden dass ich einfach sagen muss das ist so gut so eine gute karte ich dachte am anfang was für eine bullshit karte sie ist so gut leute sollten mehr davon spielen viel 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 mehr wirklich absolut crazy absolut crazy karte das ist mein sideboard und wir gehen jetzt in den langersehnten tech talk ich habe mal hier relevante karten rausgepackt über die ich sprechen möchte das eine ist natürlich püro golf püro golf ist eine mega geile karte sie macht so viel spaß zu spielen sie ist so insane gut und die leute sollten mehr davon spielen diese karte in kombination mit dem fable of the mirror breaker beziehungsweise eben dem der reflection of kiki jiki ist so insane gut genau wie fury deswegen habe ich die rausgenommen weil dieses diese holy trinity hier das ist insane stark wirklich insane stark so dazu kommt wenn man jetzt zum beispiel kein wandering spielt weil man die nicht hat oder weil einem zu teuer ist oder weil man nicht spielen möchte gibt es möglichkeiten zu substituieren wie ich ja schon gesagt habe und zwar mit einer alten sehr beliebten karte phryxian metamorph phryxian metamorph mega gute karte denn sie kann für drei mana gespielt werden für drei mana und zwei leben in unserem fall und sie kopiert irgendeine karte spannend ist dann zum beispiel wenn man eben dann im pyro golf draußen hat und phryxian metamorph spielt und damit eben genau das kopieren kann das ist insane gut sage ich euch weil das macht noch mal damage genauso wie in fury ja ähnliches prinzip für drei mana noch mal einen fury zu bekommen insane gut oder was die gegner oftmals nicht sehen wenn man eine reflection of the kiki jiki draußen hat spielt man die kopiert die reflection of the kiki jiki auf die auf können die gegner nicht reagieren weil es kein target ist und wenn der gegner dann irgendwas tut kann man halt dann anfangen die zu kopieren also man kopiert den kriegt dann wieder ein den man dann wieder nutzt um den zu kopieren und so weiter und so fort und dann kann man damit starten man kann damit einfach sehr sehr viele kiki jiki tokens machen die man dann zum beispiel im endstep vom gegner macht man enthabt und haut mit denen zu denn die werden wie gesagt nur am ende der opfer das habe ich gesagt wenn man zwei reflections hat sehr cool mit dem metamorph kann man eine zweite reflection haben genauso ist es auch cool wenn der gegner ein wandering hat denn dann müsst ihr keinen haben ihr spielt eine metamorph kopiert den wandering vom gegner und habt alle effekte der welt oder wenn der gegner reanimate spielt wir hatten das in herne tatsächlich der gute frank grüße gehen raus hat das gemacht hat mir das und erzählt wie der gegner einen arcon of cruelty immer noch die schlimmste karte die reanimator je bekommen hat ganz 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 schlimmes drecksteil gegner das gemacht hat den rausgehauen und frank hat den freaksie metamorph gespielt und hat den arcon kopiert vom gegner und damit muss der gegner seinen arcon opfern und hat geflucht das ist halt mega der freaksie metamorph ist auf einmal so flexibel und macht das deck von so einer straighten aggro schiene in so eine flexible schiene rein man spielt davon dann keine vier oder so aber so so zwei bis drei stück davon mega 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 cool wenn man den wandering ein bisschen substituieren möchte man geht da noch hin und nimmt irgendwie noch auf jeden fall das fünfte mdfc rein damit man mehr länder hat mit dem man arbeiten kann und so weiter aber ja dementsprechend wie gesagt briggs den major morph für den wandering mega funktioniert mit allem was hier liegt absolut crazy dann ich habe es am anfang so ein bisschen erwähnt hat man noch etwas anderes für die den of the bug bier und zwar eine arena of glory arena of glory kommt ungetappt ins spiel wenn man einen mountain hat das ist sehr stark wir haben oftmals mounts dann macht die rotes mana und für ein rotes und tappen können wir die exerten das heißt wir die enttappt in der nächsten runde nicht wir kriegen zwei rote mana und wenn das benutzt wird um kreaturen zauber zu spielen bekommt der eile das ist insane gut so ein pyro golf der für fünf reinkommt und für fünf ins gegner gesicht hält ist insane stark so ein fury was halt reinkommt eine kreatur vernichtet und für sechs ins gesicht haut insane stark ebenfalls ein goblin rebel master der reinkommt und direkt angreifen kann auch insane stark und wir müssen es ja nicht machen also man muss jetzt auch dabei rechnen wir machen kein plus wir machen damit jetzt kein plus weil wir ein rotes und die arena tappen das heißt wir haben zwei länder die wir tappen und wie viel mana kriegen wir daraus zwei mana das heißt wir machen kein plus aber wir machen damit halt nen aggro vorteil und wenn wir das land nächste runde nicht brauchen dann können wir irgendwas anderes dabei legen und damit dann weitermachen das ist wie gesagt ein sehr gutes land für dieses deck und macht sehr 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 viel in diesem dann noch eine karte die ich euch mal highlighten wollte und zwar stinger back terror auch der mit metamorph sehr sehr cool als one of two of ich habe auch schon gesehen leute die vier stück davon spielen das fand ich ein bisschen viel stinger back terrors 4 mana 7 7 fliegen trampler der halt minus 1 minus 1 für jede karte auf eurer hand bekommt wenn ihr keinen one ring spielt ist das eine geile karte weil eure hand sehr schnell leer ist man kann ihn sogar plotten das heißt man kann ihn für ein rotes zwei farblose einfach mal raushauen in den ins exile offen und den irgendwann für null casten und das ist insane gut wichtig wenn man ihn für null castet also ohne die mana kosten zu bezahlen spielt keine waxing bubble das ist mir schon passiert das tut weh und das ist kacke statt der waxing bubble kann man ja auch chalice of the void spielen ich nehme jetzt hier mal trinysphäre raus weil trinysphäre aktuell einfach nicht gut ist diese beiden karten haben komplett andere sachen die sie tun sind aber im gleichen slot es kommt darauf an wovor ihr angst habt waxing bubble ist extrem gut gegen counter spells force of will days irgendwelche eigenen elementen vom gegner oder sonstige sachen dafür ist sie gut das heißt wenn ihr in der meter spielt mit wenig removal gerade wenig swords und wenig irgendwie in dieser richtung spielt waxing bubble das ist wirklich gut denn ihr könnt nicht mehr gecountert werden eure karten kommen durch das ist wirklich stark gegen so ein delver oder so mega 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 stark wenn ihr die turn eins legt turn zwei legt ihr den blood moon der hitler kann nichts dagegen tun conceded so oft passiert so wenn ihr aber in einer blau weißen meter spielt mit sehr sehr viel removal solltet ihr chalice of the void spielen denn chalice of the void macht fatal push lightning bolt what's the plowshares path to exile und solche karten nutzlos denn die karten werden gecountert wenn ihr chalice of the void auf eins legt das ist die große frage die habt spielt ihr in einer meter an der viel gecountert wird dann benutzt ihr waxing bubble spielt hier in einer removal heavy meter dann ist die chalice of the void euer freund das ist ein bisschen ein gamble man muss es ein bisschen abwägen weil eine meter verändert sich auch eine lokale meter verändert sich wir können bei uns in siegen auf dem einen tag können wir eine uwx control meter haben mit fünf control spielern am nächsten tag haben wir nur combo da für die chalice of the void wesentlich besser ist wie waxing bubble um dagegen zu gewinnen und da muss man überlegen was man davon spielt aktuell hatte ich die waxing bubble drin bei uns shiftet das meter gerade durch den psychic frog in den sehr removal heavy meter und dann würde ich tatsächlich beim nächsten turnier den ich spielen würde aktuell chalice of the void bei uns in siegen spielen wie gesagt es kommt darauf an wovor ihr angst habt ihr müsst dann auch das deck anders bauen denn die chalice of the void wollt ihr auf jeden fall haben wenn ihr ohne den one ring spielt denn selbst wenn der gegner 1000 removal hat der one ring gibt euch so viele karten so viele kreaturen dass es total egal ist er kann nicht genug removal haben deswegen spielt ihr dann mit waxing bubble weil der one ring muss resolve wenn ihr nicht mit dem one ring spielt solltet ihr mit dem chalice spielen statt mit der waxing bubble denn dann habt ihr weniger probleme mit removal dazu spielt ihr auch andere karten mehr karten die einfach creature heavier sind ihr spielt wesentlich mehr kreaturen dann auf einmal weil ihr eben so aus dem meter morf oder eben so ein flying terror oder noch mehr goblins spielt die dem gegner ins gesicht hauen die müsst ihr beschützen mit dem chalice wenn ihr allerdings mit one ring spielt würde ich euch empfehlen eben waxing bubble zu benutzen damit man eben nicht gecountert wird dann wird der one ring nicht so schnell gecountert dann kann man den oftmals benutzen und der gegner hat nicht genug removal für eure drei vier fünf karten pro runde die er zieht das ist so ein bisschen die überlegung deswegen das deck ist schwierig es gibt viele verschiedene karten die gespielt werden können viele verschiedene play patterns in verschiedenen meten und das müsst ihr so ein bisschen drauf bekommen in welchem meter spiele ich welche version des decks manchmal will man auch mehr als sechs blood moon effekte haben dann will man einen siebten oder einen achten manchmal geht man sogar komplett runter und nimmt die mages of the moons komplett raus und hat wie einem sideboard oder so das kommt immer so ein bisschen darauf an wie die meter sich gerade entwickelt und in welcher meter ihr spielt und dann muss man immer wieder mal einfach glück haben dass man das richtige deck zur richtigen meter mitbringt ja soweit zu dem wunderschönen deck tag das wir hier haben dementsprechend hoffe ich ihr hat spaß wir sind es dann beim nächsten mal bis dahin euer blackseat